Bevor das Video losgeht, abonnieren, liken und teilen. Heute gibt es eine super geile Nachricht für alle Naruto Shippuden Fans. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Video. Fast jeden Tag bekommen wir Nachrichten, wo man Naruto Shippuden schauen kann, wo man alle Folgen von Naruto Shippuden schauen kann, wann endlich neue Folgen. Von Naruto Shippuden auf Netflix verfügbar sind und so weiter und so fort. Also etliche Fragen zu den Naruto Folgen. Und wir haben schon mal ein Video dazu gemacht, dass man alle Naruto Folgen jetzt auf tvnow.de schauen kann. Nur das Problem ist, dass man für die restlichen 80 Folgen oder so einen tvnow Premium Account braucht. Also von Folge 430 glaube ich bis 500 brauchte man eigentlich einen tvnow Premium Account, was im Monat 5 Euro gekostet hat. Oder man guckt alle 80 Folgen, die noch fehlen, in der 30-Tage-Testphase zu Ende, kündigt das Abo und so könnte man eventuell alle Folgen von Naruto Shippuden kostenlos schauen. Aber jetzt hat sich das ganze Spiel geändert. Und now hat seit Samstag, soweit ich weiß, alle Naruto Folgen kostenlos verfügbar gemacht. Also alle 500 Folgen könnt ihr ohne tvnow Premium Abo kostenlos schauen. Und das einzige, was ihr dann verkraften müsst, ist halt die Werbung, die wirklich gewöhnungsbedürftig ist. Und man kann es leider auch nicht mit einem Adblocker stoppen, aber dafür sind die Folgen kostenlos und legal schaubar. Wie gesagt, ihr könnt da alle 500 Folgen kostenlos schauen. Und das Gute dabei ist, tvnow hat nicht nur Naruto Shippuden kostenlos verfügbar gemacht, sondern auch alle Boruto Folgen, die auch vorher nur mit einem tvnow Premium Account zugänglich waren, jetzt kostenlos für alle veröffentlicht. Ihr könnt jetzt alle drei Staffeln, aka alle 50 Folgen, die es von Boruto auf Deutsch gibt, kostenlos auf tvnow.de schauen. Ich weiß nicht, ob diese Aktion für einen kurzen Zeitraum verfügbar sein wird oder für einen längeren Zeitraum, also für immer oder so. Weiß ich nicht. Es könnte sein, dass sie sich dazu entschieden haben, alle Naruto Folgen kostenlos verfügbar zu machen, weil die Fans darum, weil viele Fans darüber sich beschwert haben, dass sie die restlichen Folgen für einen Aufpreis verkauft haben. Oder es ist eine Promoaktion und ist über Weihnachten eventuell kostenlos verfügbar und danach gar nicht mehr. Also jedenfalls, ich würde jetzt die Folgen so schnell wie möglich zu Ende gucken, damit so ein Debakel nicht passiert. Ich hoffe mal, es ist für immer jetzt kostenlos. Wäre super. Ähm, ja. Und damit sage ich, das war es mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Channel. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Video-Wünsche habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.